Wir starten unsere heutigen Blu-Ray-News bei Amazon.com. Da gibt es ein paar spannende Listungen und wie die Vergangenheit gezeigt hat, lohnt es sich immer wieder dort auch einen Blick drauf zu werfen, weil das so der Vorreiter ist für die Ankündigungen und auch Releases, die es dann zum größten Teil zumindest, nicht alle leider, aber doch einige dann auch zu uns nach Deutschland schaffen. Wir starten hier mit Cheers! The Complete Series. Die komplette Serie erscheint hier dann in einer Blu-Ray-Box von Paramount, angekündigt für Anfang April. Richtig coole und sehr unterhaltsame Serie mit etlichen Stars. Also das ist schon eine richtig tolle Sache. Dann haben wir noch The Whale angekündigt. Hier auf Blu-Ray-Disc auch sehr schön. Ein Film mit Brandon Fraser, den ich persönlich sehr mag und ich freue mich, dass er wieder den Sprung geschafft hat nach etlichen Verletzungen und wo man schon gedacht hat, da ist die Karriere jetzt dann vorbei. Hat sich über Serien sozusagen zurückgekämpft auf die große Kinoleinwand. spielt da einen Mann, einen Lehrer, der zurückgezogen lebt und mit großer Fettleibigkeit zu kämpfen hat, aber versucht mit seiner entfremdeten Tochter wieder zusammenzufinden. Das Ganze basiert auf einem gefeierten Theaterstück, ist auch für drei Oscars nominiert und hier dann auch für so März, April rum auf Blu-Ray angekündigt. Dann hätten wir noch Chucky Season 2. Die läuft hier bei uns aktuell auf Syfy auf Skype und erscheint hier dann auch von Universal Pictures für das Heimkino, zumindest für den englischsprachigen Raum auf Season 1. Warten wir heute noch. Ja, hier haben wir Season 1. Die habe ich mir damals via Zavi importiert. Ja, im Stilprogramm, aber das ist jetzt zur Zeit auch nicht möglich. Da wirst du total irre. Aber mal gut, mal schauen. Vielleicht schafft es die Serie ja doch noch irgendwann zu uns, vielleicht als Komplettbox oder so. Eine dritte Staffel ist ja angekündigt. Die soll ja auch produziert werden, dann auch zu uns nach Deutschland. Ich habe ja die erste Folge der zweiten Staffel schon angekuckt, muss mir jetzt dann eben auch die zweite Folge angucken. Ich glaube, diese Woche kommt sogar Folge 3 und diese Woche ist wegen dem Superbowl am Sonntag sowieso einiges verschoben. Last of Us erscheint ja schon in der Nacht zum Samstag um 4 Uhr auf Sky. Also da geht es dann richtig ab und ich glaube, da gucke ich mir am Wochenende mal in Ruhe an. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, kann ich da gerne nochmal ein weiteres Video machen. Bock haben wir auf jeden Fall auf die Blu-ray, also Universal streng dich an. Außerdem haben wir dann hier noch Flashdance. Ja, zum 40-jährigen Jubiläum erscheint hier eine 4K Ultra HD plus Blu-ray Edition von Paramount. Die ist auch bei uns in Deutschland angekündigt. Also da dürfen wir uns schon mal drauf freuen. Im Allgemeinen hat Paramount ziemlich viel von ihren Veröffentlichungen dann auch bei uns in Deutschland released. Das ist natürlich okay. Dann haben wir hier noch eine sehr coole Nachricht und zwar zum ebenfalls 40-jährigen Jubiläum erscheint Kujo in einer 4K Ultra HD Variante. Ja, Kino Lorbeer wird das Ganze veröffentlichen und mal gucken. Vielleicht gibt es dann den Film auch in neuen 4K Ultra HD Mediabox. Wenn wir schon bei 4K sind, dann bleiben wir auch ganz kurz hier. Red Eye auch jetzt bei Amazon gelistet und verfügbar. Als ich das zuletzt ja angekündigt habe, war es bei Amazon nicht bestellbar. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. JPC scheint jetzt hier der Vorreiter zu sein. Früher war das Amazon. Aber gut, wenn hier Amazon dann auch nachzieht, ist ja alles in Ordnung. Die meisten sind ja Prime Mitglied und bestellen sich eben vor so Keep Cases gerne über Amazon, weil dann keine extra Versandkosten anfallen. Bei 4K-Geschichten ist es natürlich am Anfang zum Start hin hinfällig, denn die kosten meistens über 20 Euro und ab 20 Euro bekommt man das Ganze auch bei JPC versandkostenfrei zugeliefert. Also, dann machen wir weiter mit einem Kinofilm. Da habe ich gestern erst noch die Vorschau wieder gesehen. Magic Mike geht in die dritte Runde. Channing Tatum und Salma Hayek ist hier mit dabei. Das wäre jetzt eher was für Jennifer Lopez gewesen. Irgendwie habe ich da auch so ein ähnliches Filmplakat im Kopf. Aber es ist immer wunderbar eben Salma Hayek zu sehen. Und da hat man dann was für die Frauen und auch was für die Männer. Ist doch alles gut. Und Salma Hayek ist unglaubliche 56 Jahre alt mittlerweile. Wahnsinn, aber immer noch ein absoluter Traum. Weiter geht es mit Supercell Sturmjäger. Hier haben wir einen Film mit einem sehr interessanten Cast. Alec Baldwin and Hash ist hier mit dabei. Und es geht Ulrich, da geht es um einen Sturmjäger, der auf seine Jagd nach diesen Stürmen hier ums Leben kommt. Sein Sohn möchte ihm aber trotz allem nacheifern, lässt sich da ausbilden und gerät dann auch natürlich in Trouble. Liest sich ganz spannend und der Film erscheint dann bei uns ab April, muss das gewesen sein. Genau, 6.04.2023 sogar auf Ultra HD Blu-ray. Also wunderbar. Da wird dann auch Batman released. Batman Forever und auch noch Batman und Robin zum 23.03.2023 erhalten. Dann finden auch diese beiden Superteile eine 4K Ultra HD plus Blu-ray Stierburg aus Wertum, wie schon eben auch die Vorgänger. Preislich sind wir bei 34,99. Da lohnt es sich aber zu warten, weil auch die beiden Vorgänger hier im Preis fallen. Zumindest bei unseren italienischen Freunden bekommt man die beiden Teile zum Start hin schon mal 10 Euro günstiger. Das ist doch auch mal eine Sache, wie wir hier sehen können. Und die Vorgänger, hier sehen wir es, sind dann schon unter 20 Euro gefallen. Kann man sich bestellen, haben auch eine deutsche Tonspur. Da kommt dann halt nur eben Versand von 4 Euro mit dazu. Wenn man mehr bestellt, kann man das Ganze natürlich aufsplitten. Dann macht es auch mehr Sinn. Besser verpacken tut Amazon, aber leider trotzdem auch nicht in Italien. Dann haben wir, wenn wir schon bei Steelbooks sind, noch ein Angebot. Und zwar bei Amazon. Die wahnsinnig tollen Steelbooks von James Bond. Wunder was? Sind hier reduziert auf 14,97 Euro. Lohnt sich natürlich, wenn man die Filme noch nicht auf Blu-ray hat, sich einzelne Teile in die Sammlung stellen möchte. Aber designtechnisch und auch von der Umsetzung von Warner ist es eigentlich unwürdig. Ich bleibe einfach dabei. Sehr schade. Aber immerhin haben wir hier eine Rabattierung von bis zu 42 Prozent. Ja, von 25,60 Euro auf 14,97 Euro. Und wer mag, kann nun zuschlagen. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch den Hinweis. Ab heute Abend 20 Uhr startet bei Mediamarkt und Saturn wieder eine Mehrwertsteuer geschenkt. Und Aktion, wir müssen gucken, ob man nicht vorher wieder die Preise angezogen hat. Manchmal ist es so, manchmal auch nicht. Das kommt dann da immer auf den jeweiligen Artikel an. Da muss man ganz gut abwägen. Aber wir machen das ja schon ein paar Tage und kennen uns da schon ein wenig aus. Ab und zu sind aber doch ein paar tolle Schnäppchen dabei. Und ich bin gespannt, was uns hier ab heute bis zum Sonntag dann eben bei dieser Aktion erwartet. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.